So und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI2 aus Gerolstein mit dem C2Ü Gelenkbus Ja mit dabei ist wieder der Turm, fährt auch Gerolstein Und genau wir haben auch schon direkt Abfahrt hier Dann würde ich sagen los geht es Nächste Haltestelle, ich stehe hier in, ähm, Rheinfelden Alles klar Guten Tag Nächste Haltestelle, Rheinfelden, Katharina, Marc Eine Achtung ist zu weit Oh, muss ich spüren Oh Oh, verzei Ja, wir haben bald die 500 Abonnenten 493 haben wir jetzt Äh, joa, was sagst du dazu Turm? In jedem Fall echt krass Wenn das jetzt so erreicht Ja Ja Ja, was heißt erreicht Aber ich find's schon cool Also wie gesagt, das eine Video hat nochmal echt gut Aufrufe gemacht Über 4000 Tatsächlich Äh, krass auf jeden Fall Oh, welche Linie fährst du nochmal? Ich freu jetzt die 558 Ah ja Ja Ja, sagst du, haben wir ja Teildienst, ne? Ja, ja Ja Aber ich hab ja rot, gestern ist dir ja noch der Bus kaputt gegangen, ne? Ja, ja Tach Hallo, wir können es auch nicht mehr sagen, ne? Ja Ja Ja, seitens der Bus haben wir ja Soundboard drinne Von Eddin Ja Ist eine feine Sache, ne? Auf jeden Fall Retarder greift ein Beim Bremsen Ne, ne, ich fahr ZF Aber Version, das ist die V2-Generation 5 Achso, okay Ja Da kann's aber schon sein, dass Kickdown zwangsabgeschaltet ist, tatsächlich Ja Mhm Ja, muss man auch wissen Das stimmt Ich glaube, das Video wird nachher die Ohren wegsprengen Ja, das ist der Entstand Fährst du nur vom Fahrzeug C2G Überland Okay Okay Yeah Aber muss ich auch wieder sagen, da fehlt mir auch wieder ein bisschen die Spritzigkeit Vom Fahrzeug Also, weil, als Gelenkbus ist der jetzt nicht so Der hängt nicht so am Gas Eigentlich, dass ich fühle Kann das sein? Ja, ich habe schon Zeit Ne, ne, ist so Ist so Ist auch so Nächste Haltestelle Ja, also das Parfum ist von der Karte echt top, muss man sagen, ne Auf jeden Fall Ja, das sinkt Ja, muss man kurz erwarten hier Turben Ja Hat grad bei dir wer gedrückt Ja Das hat man so durchgehört Stimmt Ja Fahr wieder rein nach Gerostein Anni, wir sind von Rheinfelden gekommen Ja Hallo Ach ja, Manfred Grüß dich Genau Kommt jetzt das wieder Das hier kommt jetzt heute noch Online Und morgen Äh Kommt Das andere Genau So Wird das was irgendwie Ach, mach, mach, fanzig Ja Jo Oh, ganz schön enge Kurve hier Was? Ganz schön enge Kurve hier gerade Oh Schön weg Okay 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 Das war's für heute. Nächste Haltestelle, Girolstein, Nordstadt, Girolsteiner Straße. Und wie gesagt, ihr könnt doch mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn für die ihr mal sehen wollt, sei es ein Girolstein, sei es mal auch andere Maps, wie gesagt. Ich bin da für alles offen. Genau. So, wir sind an der nächsten Haltestelle der Stettiner Straße. Jetzt hängt's. Jetzt kann er wohl nicht Fahrstein an hier, ne. Wird's was? Ne doch. Fahrbahn ist echt top, ne. Also man ist hier zwar manchmal nur zu früh, aber ich finde das voll in Ordnung, ey. Geil. Oder? Ja. Ja, 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 ja. Ich bin da zu spät. Ja, aber ich meine, ich finde das gut, weil es ist halt geil, als wenn du fünf Stunden zu früh bist und so'n Zeug, weißt du. So. Genau. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lass dir gerne ein Abo da, einen Daumen oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. OLD twenty on trial. 都